Wolle, Hanna? Du hast gesagt Wolle. Ich habe gesagt Wolle. Hier ist die Schere. 30 34 Wolle. Wir haben wirklich nur 34 Wolle. Rote Wolle willst du da noch? Das heißt Rosen? Oh je. Du hast wieder Wünsche. Ich habe Wünsche. Ich habe immer Wünsche. Aber ich habe vorher, glaube ich, mal gesehen, wo es Schafe gehabt hat. Recht viele. Du hast einen Schaf, aber das hat schwarze Wolle. Okay. Wir sollten mal ein Schaf mitnehmen, Mann. Oder zwei. Und wie willst du es anstellen? Weizen. Kann man hier nicht? Doch. Nein. Was nein? Das konnte man erstens nicht mehr ab der Beta. Was? Mit Weizenglocken. Sicher. Oh ja, kommt jetzt zu dumm. Konnte man hier doch schon. Konnte man nicht. Noch nicht? Noch lange nicht. Noch nicht mal in der 1.8.1. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Schade. Kannst du ja mal probieren, wenn du willst. Ich habe keine Teile dabei. Au. Ich habe keine... Äh. 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 Das wollte ich sagen, Mann. Äh. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Weizen dabei. Genau. Ah. Hast du jetzt Schafe gefunden? Nein. Noch nicht? Nein. Nein. Ich habe auch noch kein Clay gefunden. Oh Gott. Alles, was ich finde, ist Sand und Erde. Hast du zumindest schon mal eine Schafe gefunden? Zufällig so. Nein. Okay. Hier haben wir auch kein Clay. Nee. Auch wieder nur Erde. Und... Sand. Ja. Äh. Okay. Oh. Oh. Zum Glück habe ich Essen dabei. Hm. Wow. Ein See in der Wüste. Kein Clay. Nimm auf jeden Fall auch Clay mit, wenn du findest. Ja. Ja. Du hast eine Schafe mitgenommen, oder? Ja. Ja. Ein Schaf. Ich... 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 Ich habe gerade ein Skelett... Ich habe ein Schaf gefunden. Ich habe ein Schaf gefunden. Komm hierher. Ich habe noch nichts gefunden. Ich habe noch nichts gefunden. Sexy. Und ich habe Gravel gefunden. Im Wasser drin. Ja. Das bringt uns leider nichts. Und einen Clayblock. Oh nein. Das war Sand. Scheiße. Wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn es nur so ein Lock gewesen wäre. Ja. Oh. Scheiße. Ich habe meinen Schaufel weggeschmissen. Ja. Ich habe Lava gefunden. Scheiße. Oh je. Ich habe meine Schafel aus Versehen weggeschmissen. Ähm. Hm. Ja. Ich denke, Clay ist hier gerade gar nicht mal so leicht zu finden. Clay ist eine Spezialität von Minecraft. Okay nein. Keine Ahnung. Ich habe jetzt vier Wolle. Vier Wolle? Ja. Ach du meine Güte. Ich weiß nicht, ob das, was ich hier mache, klug ist. Was? Ich steige einen Berg hoch. Eine Rose! Das hat sich gelohnt. Oh warte. Ich habe, ich glaube ich sehe, ja hier hat es alles Rosen. Ein riesiges Blumenfeld. Ich glaube ich habe unseren Anfangspunkt gefunden. Okay. Ich bin dir nicht sicher. Ich glaube da drüben ist der Minecraft Gedächtnisberg. Oh nein. Ich habe unser Haus gefunden. Scheiße man, ich laufe immer im Kreis. Aber ich sehe eine Rose auf einem anderen Berg. Okay. Und ich sehe immer noch kein Clay. Ähm. Oh ich habe Kürbisse gefunden. Okay. Jetzt bin ich schon wieder. Wow. Ich sterbe zugleich. Oh was zu fressen. Wo ist das Essen? Hast du dir Clay? Alter. Wo sind die ganzen Brote und Steaks? Haben wir die nicht mitgenommen oder was? Hast du die alle noch im Inventar? Hm. Ja. Hm. Das ist gut ich mache. Könnte man so bezeichnen. Sven 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 Sven. Aber ich habe so das Gefühl ich werde nie Clay finden. Oh. Stress. Ich habe jetzt Mushroom Steel gemacht. So. Na ich kann mal die Stones aus dem Ofen nehmen. Das wird dort auch wieder nur Sand sein. Ist das dort hinten Clay? Nicht oder? Wäre zu schön wenn es wäre. Aber es könnte sogar sein. Okay. Nein. Oder ist das nur ein ganz normaler Steinblock? Hm. Schwer zu sagen, sagst du es sonst? Super. Die Schäfe brauche ich doch. Nein, das ist ein Clayblock. Ja. Ein Clayblock. Einer. Na. 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 Machst du wenigstens in der Nähe vielleicht noch mehr Clay? Ich hab ich hab noch vier Wahl Blöcke machen können aus Strings und man nimmt alles. Super. Das kommt davon wenn man das ganze Essen mitnimmt. Prozent das nicht wenn wir sonst hier noch im Haus war klar nein sind scheiße ja so ich habe so das gefühl kleist hatte schwieriger zu finden als jemand ich hoffe das haben wir nicht gehört es wird noch es wird nacht und ich habe ein blick kläge finden schütze war ich bin bei ex schon bei 1200 die selbes lang geht und hier ich weiß dass bei uns warten zu hause ein paar schaffe mehr wohnen wieso mal unseren zuschauer den schönen locken screen zeiten schnäckchen von meintschuft es ist ein nächstes mal bitte r und ist das gute frage sehr gut sogar es ist nicht das kann er jetzt mit der schwierigkeit gut du kannst So, sonst wieder... connecten. Okay, wieso? Ah, da ist Haken. Ah! Sehr gut bemerkt. Wow! Ab zu unserem alten Haus. Ah, ich habe immer noch keinen Klär gefunden. Was sind denn an der Lock? Ich geh jetzt dieser schwarze Schaf dort scheren. Oh! Hier hat es Lava. Wo sind das viele Federn hier? Bleib hier, du Schaf. Vier! Schwarze Walle. Hattest hier vielleicht endlich Clay? Hier hat es Kohle. Ich will Clay. Ich hab Kohle. Ich will Clay. Da hab ich dir. Hast du wenigstens ein bisschen auch Klägehunden vielleicht? Noch nicht. Schwul. Hm. Ich hab ne Hüte gefunden. Oh! Äh, sehr spannend. Ich hab Sand gefunden. Ich hab Sand gefunden. Ich hab schon wieder Kohle gefunden. Ich hab schon wieder Sand gefunden. Und ne jene Menge. Okay, ja. Wasser. Super. Hab ich jetzt auch gefunden, Wasser. Und ne jene Menge. Okay, ja. Wasser. Super. Hab ich jetzt auch gefunden, Wasser. Sogar Eisen finde ich, aber... Mhm. Aber ein bisschen Clay. Ich muss sagen, ich werde langsam ein bisschen müde. Oder ich bin's schon die ganze Zeit an. Ich denke, so um 12 Uhr machen wir Schluss. Ist gut. Ja, was haben wir jetzt für Zeit? Ja, okay. Bis nicht noch zuerst zurückgekommen? Nein. Okay. Wir wissen ja jetzt die Koordinaten, oder? Ja, das stimmt. Schau, dass du sie irgendwo richtig gut verstaust. Nicht, dass du sie nachher nicht wissen. Was? Ich doch nicht. Du doch nicht, ne? Ja, genau. Yes! Jetzt hab ich unser altes Haus wiedergefunden. Oh, Clay! Alter, mein Ohr. Clay! Nach langer Zeit hab ich Clay gefunden. Der Kuh! Ja. Ja, kleine Spinner. Jede Kuh tot. Jede Kuh tot. Jede Kuh tot. Jede Menge Klee. Jede Menge Küh. Das will mir nichts bringen. Geben sie kein Fleisch? Geben sie nicht. Nein, nur Leder. Geben sie. Je, eine Wüste. Ich nehm Kaktus. Boah. Ey. Schluss von der Aufnahme und ich bin am Ziel. Ich nehm mir Kaktus mit. Au. Warum? Ich nehm mir Kaktus gelofft. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen mein Ingetar ausleben sollen. Mhm. Du kannst ja ganze Kleeblöcke wieder draus machen. Stimmt. So. Oh Gott. Kann ich die nicht irgendwie stacken? Was? Egal. Nicht wichtig. So. Gut. Äh. Weiter geht's. Mein Artgenosse, sei gegrüßt. Meine Hose, sei gegrüßt. Der Fug. So. Gut. Ein Schaf! Das ist braun. Scheiße. Willst du weißes? Ja. Kannst du nicht auch braunes einfärmen? Nein. Nicht? Ah, ich kenne das, glaube ich, weiß ein Pferden oder so. Ich hätte das Schaf anklicken mit einem Bone Meal, glaube ich. Hm. Könnte sein. Oh, ich habe einen Fall gefunden. Habe ich auch schon. Hallo Pferden. Hm. Ich glaube, mehr Klee werde ich heute nicht mehr finden. Habe ich so das Gefühl. Okay. Und du? Hm. Ich habe bis jetzt nicht viele Mone gefunden, leider. Ich begegne dir die ganze Zeit Schafe. Oh. Komm, ich fresse hier noch ein Brot. Dann haue ich, dann haue ich mal das Schaf kaputt. So, ich habe jetzt einen Stack, äh, Kaktus. Für was Kaktus? Puh, keine Ahnung. Faule Baum, weiß doch auch nicht, ne. Hm, könnten wir theoretisch. Naja, aber, aber eher, glaube ich, äh, sehr genommen zum Einfernen der Rolle. Kannst du hier grünen Einfernen? Oh, ich finde gerade richtig viele Hosen. Nice. Mitnehmen. Ich bin über der Wolkendecke. Sexy. Okay. Ich bin auf einem Berg. Okay. Hm. Okay, jetzt auf diesen Baum. Da oben. Und sehe von dort unser altes Haus. Ist geil, Mann. Ist geil, hier oben. Boah, Alter, wo ich bin ohne Spaß. Ja, wo? Was? Im Nirgendwo bin ich. Ja, und schön. Ich mache jetzt einen schönen Screenshot. Sehr nice. Kann ich dir ja dann schicken. Ähm, ich denke, ich mache mich mal auf den Weg zurück. Was sind die Koordinaten schon hier? Ich weiß es nicht. Egal. Ne, komm. Äh, ich würde sagen, wir hören hier auf. Je nachdem, laufe ich sogar außerhalb der Aufnahme zurück. Okay. Ist ja nur zurücklaufen, also. Ja, ich weiß. Geschieht eh nichts. Spannendes oder so. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Ich bin Efti Sven. Ich bin Efti Subfreak. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oh. Tschüss.